Im Stasswörter Lokschuppen, das Vereinshaus der Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebe Stasswörth, feierten viele Kinder ihren Kindertag. Eine echte Dampflok mit der Fantasie Nummer 8101 fuhr im Kreis für die Kinder. Eine echte Dampflok ließen die Eisenbahner für die Kleinsten zum Kindertag fahren. Es war nicht nur eine riesige Dampflok, sondern eine kleine Dampflok auf kleiner Spur. Thoralf Strempel, Hobby-Eisenbahner aus Leipzig, ist hier der Lokführer und Eigentümer der Dampflok. Für die Kinder natürlich eine Riesenattraktion, die gern angenommen wurde. Der Vorstand der Eisenbahner hat sich entschieden, 2025 dieses Kinderfest zur Wiederholung. Untertitelung des ZDF, 2020